Musik Schon seit Jahrzehnten lautet meine, ja, meine Reise, meine Urlaubs, meine Abenteuer, meine Lebensdevise übers Wasser auf zu neuen Ufern. Dabei ist nicht zwingend immer nur das Wasser spannend und neu, sondern auch die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und heute sind wir hier auf der Lahn, auf meinem Hausfluss. Und mit dabei sind insgesamt drei Leute und ein Kind, drei Männer und ein Kind und vier Hunde. Und heute ist mein Augenmerk gerichtet auf Burkhard. Burkhard, der halbwilde Kanute aus Wienhausen in Norddeutschland, den ich über das Internet kennengelernt habe, später am Kaploi-Kat und kurz zum Strandsegel näher kennenlernte. Und der uns heute auf der Lahn begleitet. Und ich glaube, dieser Mann wird in Zukunft für mich, für meine Restlebenszeit, ein interessanter, ein tauglicher, ein zuverlässiger Reisepartner sein. Das gefällt mir. Ich habe noch keine gesehen. Ich mag die Tiere, ja. Ich sehe sie ja oft am Salakou und so. Aber hier an der Lahn habe ich noch keine einzige gesehen. So, aber jetzt hat sie gelernt, wie man sich locker ins Wasser kleiden lassen kann. Oh, du Schatz. 1.30 Uhr an dieser Böschung. Eine Pause, da können die Hunde freilausen oder abdaunen. Burkhard hat uns vor zwei Jahren aus unserem schönen Welpenprojekt 2014 die Hündin Lotta abgenommen und hat damit auch seit zwei Jahren zwei Hunde an Bord, zwei Hunde im Leben, zwei Hunde, die ihn begleiten. Und heute sind wir hier mit vier Hunden unterwegs. Ja, eine Familie, Mutter, zwei Töchter und äh, Wanda. Wanda ist schon ein etwas älterer Hund von Burkhardt und verträgt sich mit den anderen recht gut. Und wir sind hier prima unterwegs. Musik Und das hast du heute exzellent gemacht. Moment, wir sind immer noch beim ersten Drittel peinlich hoch drei. Ich höre ja immer nach seinem Schlamm. Von Natur aus ist Burkhard eher ein wilder oder sagen wir mal halbwilder, halbwilder Kanute, der zu der Gano-Vereinigung Norddeutschlands gehört, die auch vordringlich und in erster Linie Wildwasser paddeln. Und die letzten Jahre war Burkhardt auch zwischen Korsika und Norwegen unterwegs. Und das nicht auf Zahnwasser, sondern auf den schönsten und nicht gerade unschwierigen Wildflüssen Europas. Aber er ist vielseitig, er ist vielseitig interessiert und testet auch heute erstmals in einem großen Kanadier, den er sich in seinem Wienhausener Kanu-Club geliehen hat, wie er mit zwei Hunden im Boot zurechtkommt. Und er kommt gut zurecht. Musik 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 A man in need of redemption A man with no peace of mind Just like there's demons in me I feel there's demons in me I look in your eyes and see I look in your eyes and see The devil's eye The camping place over there Clop, clop, clop And there are three people Such crossings Three Hunde And the other people They have to go through the street The laudest street The city Musik Musik She wasn't really an angel, no, but she's with them now, looking down with them up in the sky, playing harp on a big white cloud, I'm sorry Angel for a shooter, I know there's only you to blame, and as I finish my journey, as I finish my trip, Lord knows I still ain't got no money, I only gotta tell you a script, I've taken pictures of my heroes, I got a snapshot of you, I said goodbye to all my heroes, I can't say goodbye to you, it's like there's demons in me, I feel there's demons in me. Musik Die zwei Songs, die ich hier in diesem YouTube-Clip verwende, stammen übrigens von dem schottischen Traveler und Straßenmusiker John McColm, den wir kürzlich in Aschaffenburg getroffen haben, ihm zugehört haben, ihm eine CD abgekauft haben und den wir einfach super finden und deshalb wird er in Zukunft ein bisschen in meinen Videoclips auftauchen und damit das nicht namenlos geschieht, werde ich ihn auch immer vorstellen, wie hier. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017